Und was geht jetzt ab? Extrem Höhenrausch, Hurrikan-Surfing, Alter. Und zwar mit allem, was der Liebe Gott verboten hat. Sind wir zum Mittagessen wieder zu Hause? Na hoffentlich. Heute gibt es Windbeutel. Extrem abkoppeling. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Kuhl! Kuhl! Voll krasse Massage! Flex! Flex! Aufgemerkt, Alter, ich kann fliegen! Abgeflattert, Geeks, der Höhepunkt einer extrem quellen Karriere. Jetzt könnten wir eigentlich in Rente gehen. Wow, du hast recht. Davon träume ich schon seit dem zwölften Lebensjahr, Kinder, wie die Zeit vergeht. Ja, und mit 15 in Rente gehen? Finde ich irgendwie total richtig, Alter! Verstehe, ihr sucht einen Ort, um euren wohlverdienten Ruhestand zu genießen. Da habe ich genau das Richtige. Ruhig, friedlich, hervorragendes Essen, speziell für Gebissträger. Kabel, Fernsehen, Spieltische, gemischt Umkleidekabinen, Tischtennis, Fitnessraum, Whirlpool. Wäre ich noch ein paar Jährchen jünger, würde ich mich dort auch einmieten. Ein wahres Paradies. Es wird euch gefallen. Das ist es bestimmt. Ja. Tu dir mal die Matratzen rein. Die sehen irgendwie ein bisschen weich aus. Oh, tut mir sorry, Oma. Ihr zwei da drüben in Reihe und Glied aufstellen wie alle anderen. Zeit für eure Medizin. Und jetzt Mund auf! Zunge raus! Ich sagte doch, Mund auf! Alles klar, meine Schönheitskönigin. Na los, zack, zack! Rein und raus! Na los, mach mal! Ist auch echt nicht persönlich gemeint, Zuckerpüppchen! Was steht denn gerade an? Extrem Dauer-Schnarchen. Klingt eher nach Extrem-Dauer-Reding. Ich rede eben im Schlaf. Ich hätte Böcke aufschwimmen, Alter. Vergiss es, es ist verboten. Ich bin auch vorsichtig wie doll und verrückt. Naja, und ich sag noch... Ach, ist das herrlich! Ich mich ärger! Upsi! Und ich sag noch... Hey, kein Beinrolling hier! Rasse-Schnecke! Sag mal, sind deine Hörkanäle dicht? Da wird doch der Hund in dir... Wir baden, wir zureitag! Ist das klar, Herr? Und jetzt die Zunge aus! Und ich sag dir noch, Alter... Na, war die Dusche schön? Ja... Ah, ein ausgezeichneter Jahrgang. Oh, ich hab's voll übertrieben. Ich bin zu dick und zu müde. Ich mach mal ein Schläfchen. Hey, ich fühl mich super. Diese Pillen sind wirklich der Hammer. Hey, Geeks, Geeks, beweg dich. Ich hab einen coolen Plan für uns. Naja, für mich jedenfalls. Cool. Tässchen Käftchen am Morgen vertreibt Augenring und Sorgen. Na dann, Losi. Zeit, Feuerbart. Zeit, tragen alle ihre ordnungsgemäße Schwimmbekleidung? Selbstverständlich, Miss Klingel. Genau wie sie es uns angewarten. Muss jetzt baden. Hey, willst du ein Käftchen? Muss baden, muss baden. Was zum Teufel ist denn das? Was? Kaffee? Das ist illegal. Nichts. Nein! Was? Was hast du denn da im Mund, Alter? Das, da... Was soll denn das sein, lebender Kaugummi? Von wegen, ich bin schon die Schnecke, hallo? Der Junge ist eine Nacktschnecke und gegen ein bisschen Kohle putzt er dir die Zähne. Aber ich nehme auch alle gängigen Kreditkarten. Cool, ich will auch versuchen, komm her, mein nackter Freund. Also, Kaffee wird für mich immer extrem anregend. Möchte sonst noch jemand? Na, was sagst du? Der Typ ist doch wirklich das Allerschärfste, oder? Wollen wir nicht, dann werden sie dran. Ich sage, ich fiel zu lang. Du, Sanky? Keine Sorge, Babi, ich bin Profi. Na, mein schönes Seniorenheim ist völlig zerstört und ich bin ruiniert. Aber ist doch alles im Los. Was? Ja, wir würden gerne die Bettpfannenshopper da drüben kaufen. Jawohl, ich fang wieder ganz von vorn an. Alles roger in Kambodscha. Oh, Alter, der Nachbrenner ist gezündet. Wow!